Und damit willkommen mal wieder zurück zu Assassin's Creed. Ja, wir haben ja bloß im Livestream nochmal weiter gespielt. Ja, jetzt sind wir wieder hier an dem Theater und die Folge kennt ihr ja auch in dem Theater. Das sind ja die Poeten weg. Ja, hier machen wir direkt mal weiter. Weil hinten in der Hauptquest kommen, wenn wir nicht weiter. Das sind wir ja ein paar Mal schon verreckt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Achso, in dem Livestream haben wir unsere Waffen ein bisschen aufgepusht noch. Vielen Dank nochmal für eure ganzen Kommentare, wie man das da macht. Fand ich gut. Jetzt haben wir ja Gift. Geht's hier rein? Ja. Wer suchen die denn? Oh, sorry. Dann gehen wir halt hier rein. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanus zurückkehren und unser Meisterstück lebt fort. Das wird nicht funktionieren. Such weiter. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Irgendeine Spur? Nichts. Im Moment ist doch... Ah, mein ist doch... Wir müssen dann wahrscheinlich hier hinten hin, zur Hauptstraße. Okay, hier scheint keiner zu sein, oder? Zu Tränen gerührt. Okay, er kann nicht klettern, also nehm ich an, er kann auch nicht schwimmen. So, jetzt kann er klettern. Wo ist die Straße jetzt? Oh. Phanus erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloßzustellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneus bald zu uns stößt. Wie jedes Mal. Wenn die Gefahr vorüber ist, versteht sie. Okay, dann haben wir noch, äh, finde das Skript und bringe es zurück. Die Patrouille muss sich zwischen der Akkogonis in dem Palast befinden. Das kommt ja die Patrouille wohl hier, ne? Okay. So ist schon ein bisschen was los hier drin. So ist schon ein bisschen was hier drin. So die Frage ist sind das jetzt alle? Noch Käfige. Also noch Käfige. Käfige. Gut, ich denke das war es. So ist schon ein bisschen was hier drin. Okay, wir sollen vielleicht von... Und da seid ihr rein. So ist schon ein bisschen was hier drin. Äh. Oh shit. Pferd wollte ich nicht rufen, falsche Taster. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh shit. 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 Oh, oh. Okay. 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 Bud? Hm. Kann der jetzt her? Nöder. Oh. Das war's für heute. Was unter der Sonne? Was unter der Sonne? Was unter der Sonne? Sterb, du Wurm! Was gefunden? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hey! 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 Oh, come on. Hey, was? Huh? 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 Alles klar, so. Ich weiß nicht, wo ich dich eigentlich gesehen habe. Ich weiß nicht, wo ich dich erhebte. Ich weiß nicht, wo ich dich nicht verletze. Also, ich weiß nicht, wo ich dich nicht verletze, wo ich dich nicht verletze, diese Hände nicht verletze. Oh. Oh Hey Hey Oh Atom Achtung Welch glückliche Fügung Was? Hey 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 Du hättest nicht herkommen sollen Ah 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 Oh Ah Oh I Mhm Ah Oh, 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 oh. Hey, Buzz! Buzz? Oh, 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 oh.